Dieser Poker-Tisch bedeutet nichts Gutes und du weißt ganz genau, was ansteht, wenn du so ein Cover siehst. Wer erinnert sich nicht an The Great Baulig 2019, unsere Party, die wir in Koblenz veranstaltet haben, im Schloss. Wir sind wieder zurück. Nicht im Schloss, sondern an einem anderen Ort, ein geheimer Ort und dieses Mal ist das Motto ein anderes. Und zwar die große Baulig Gaming und Poker-Night. Wer hat nicht darauf gewartet, endlich an einem Tisch zu sitzen, mit Abend eine Runde Poker zu spielen, mit dem Andreas anzustoßen, auf unser Coaching oder eben mit mir eine Runde Mario Kart zu zocken. Und du hast diese Möglichkeit, wenn du einer unserer Kundinnen und Kunden bist und deinen goldenen Handschlag erhalten hast, du in einem bestimmten Training bei uns bist. Und ja, ich drehe dieses Video einfach nur, um dir das mitzuteilen, damit du es auf jeden Fall mitbekommst und nicht verpasst. Weil wir haben das losgeschickt an dich per Post. Wenn du diese Einladung erhältst, bist du dabei. Du hast die Möglichkeit, dich anzumelden. Und für alle anderen, die wissen wollen, wie diese Party aussieht, wie man da teilnehmen kann, wie man da mitmachen kann, Da habe ich eine Domain für dich und zwar www.bauligpokernight.de Dort findest du alle Informationen über unsere anstehende Party, wie das Ganze aussieht, wer daran teilnehmen darf und die Möglichkeit hat, sich anzumelden. Ja, und vielleicht bist du ja auch dabei, wenn du Kundin oder Kunde bei uns bist. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich gar nicht mitteilen. Deswegen habe ich mir extra diesen Pokertisch hier aufgebaut, innerhalb von so einem Büro, mein schönes Oberteil hier angezogen und werde jetzt erst mal eine Runde gleich mit dem Abend hier spielen und schauen wir mal, wer dann gewinnt. Wir sehen uns auf unserer Party und bis dann, euer Markus. Ciao.